Ok, Aufnahme läuft Aufnahme läuft Wir stellen vor den FC Kinderregel gegen die Crackhead Auf geht's Ich kann nicht mehr eh mein Mann kürz und so wie Ach so, ich spiele jetzt links So, jetzt kann ich einmal umstehen Oh mein, meine Augen tränen schon, ey, drehen jetzt ja Was hab ich schon verpasst? Oh, ich dachte, mein Nietzscheide läuft Wasser Geh mich mehr auf, was hab ich verpasst? Was? Drei gute Spiele Hahahaha Das wär's jetzt gewesen, wenn du den gehabt hättest und reingemacht hättest Am besten hab ich die Aktion da im zweiten Spiel glaub ich, wo Hans so drei, vier Paraden direkt nacheinander hatte, ey Und das mehrmals im Spiel Und keiner hat ihn unterstützt, dass der Verteidiger nur zugeschaut Oh, das waren gleich sechs Paraden hintereinander, ja, nicht so wie jetzt ein Ball Wussten alle, dass er kann Ah, scheiße Optimistisch Der auch Rinder Haben die jetzt nen Torwart Ne, alle Spieler oder? Ja Kann sein, dass der vorne gespielt hat, der spielt auch manchmal Torwart Und es kann sein, dass der hinten gegangen ist, weil der Torwart zu schlecht ist, angeblich, der Bot-Torwart Aaaaaaaaaaah Abseits Abseits Lauf Nicht mehr oben Aaaaaaah Weiße, Mann Was? Ich schwöre Dit wär so ein richtiger guter Gegner wie so ein Turnier, als Aufhern-Gegner Ja, können wir uns ja immer Fragen wenn es sowas ist Ah misste, das ist jetzt im Video E-geil Tom hat mal zuerst mal Der schießt da eh, oh doch nicht, wie ist der mit dir jetzt los, die schießen nicht mehr gleich, der ist vorbei. Oha. 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 Das kennen wir gar nicht. Komm wir gehen raus. Oha. Oha. Aber was machst du jetzt? Ich würde jetzt brauchen einen Pass, oder? Vor einer Flanke eigentlich. Ja, weil den Weg mit, das wäre da nie rein, weil so ein bisschen. Ja. Oha. 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 Wer weiß jetzt. Das ist immer nicht glaub ich was heute. Oha. 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 Oha, oho. Oha. 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 Ach, there she is. I have to go longer. dritten so wie dann nicht aber das war erst mal jetzt und jetzt schnell um nah die musik gut im Video anhören. Lass uns jetzt ernst machen. Nein, sorry Absitz. Okay. Oh ja, auf dem Torwart. Ja, ja, ja! Oh, das wär so geil. Ah, scheiße. Ah, der könnte reingehen, oder? Ja, der geht rein. Nein, geht er nicht. Hehehehe. Mal abseits. Oh nein. Oh, das war echt der Versuch für den Trainer. Hehehe. 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 Oh, Entschuldigung. Oh oh. Oh man. So. Meine Güte ey. Hehehe. Ich seh immer wie deinem Mann, der da hinterher zurücklöpt. Hehehe. 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 Gut. Du bist schon mehr gelogen als in 20 Spielen davor. Hehehe. 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 Na, als es so weitergeht, dann gewinnen wir noch. Und schon wieder haben sie nur 36 Prozent bei Besitz. Hehehe. Halten da mal Gang hoch. Ja, jetzt muss man mal Gang hochschalten, ja. Na jetzt schon? Hehehe. Und du bleib mal bitte hinten jetzt. Hehehe. Na jetzt. Wenn wir 2-0 machen, wird's echt schwer. Sollten hinten? Hm. Und da müssen wir uns halt immer wieder anhören. Hä? Wir können ja nicht. Hehehe. Du musst dir das anhören. Du musst dir das anhören. Hehehe. Hehehe. Also ich bin jetzt gegen einen großen Wahlkreis gewonnen haben. Hehehe. Worum's geht. Hehehe. 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 Wie das ganze ausschaut so jetzt. Hehehe. Sie schaut's irgendwie kehrt aus im Moment. Hehehe. Hehehe. Ja, kommt. Ecke. Uhhh... Nein, oder? Nein. Abgestoßen. Hehehe. 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 auch mal nicht und dort geht mehr zu gehen ja 8 und ganz unten ah schade erregt dich auch erregt dich auch wenn die alle negativsachen feiern was wir machen ja noch ein neuer jetzt dich samreisen los leute 60 minuten schon fast lass mal ernst machen jetzt hier ihr kennt ernst nicht ja und stecken ja 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 eigentlich müssen wir den versammeln ne ich mach den schon er wurde dort wieder hat er sich die spielte sind auf jeden Fall auf Dorman Martin, oder? Wir haben ja was gegen Hans. Da ist so weit unten, da schießt er schon fast von selbst. Oh, genau getroffen. Ich will dich extra jetzt umsetzen. Da lacht du nicht. Was ist denn für ein kleiner Tor oder so? Der ist aber echt ziemlich klein. Der könnte aber auch nicht mehr in den Sprung, eine Latte. Kinderriegel. Weiß Bescheid. Draußen schwarz in weiß. Ja, jetzt fangen sie wieder damit an. Das war's, wir haben. Das war's, ich weiß nicht. Das war's, wir haben. Das war's. War's, ich weiß nicht. Was ist das? Das war's. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Jawoll! Tor! Jetzt kann man wieder einen Gang zurückschalten Ein Rückwärtsgang oder was? Nein! Oh Mann! Das hatten die sich hier in den letzten 4 Spielen zur Mission genommen Haben sie ja verdient Dafür, dass sie von der Mutlinie erwischt werden Ah Mutti hat doch gerade einen Kinderriegel genommen Ach Gott, geh doch hin da Ne? Läne 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 So wenn du nicht wickst Na, das wird nicht dorthin gehen, egal Ah, schieß Oh Mann, der kann auch mal reingehen So, warte Gib mal bitte den Die Ecke dem Hans Thomas, ja Ganz unten ist er Ja, da kommt er schon Ging gerade nicht Jetzt Oh, das gibt's nicht Geht doch lang gerade Und jetzt Oh, das können wir Fuck, Alter Mal wieder was gut Da ging er 10 Meter da neben, ey Du hättest wenigstens die Natur trocken Wenigstens Wenn nicht sogar einen Pfosten Unentschieden, ey, Mist Hä, noch nicht vorbei Hey Jetzt doch, ne Hans wird doch mal hinten Ich bin doch hinten Na, ist doch da Mach doch mal nicht in die Hose Ist da nur ein Kinderliegel Ist doch mal ein Kinderliegel Geht doch hier um mich Na, nicht mal um Punkte Na, ist das schlussig, beantwortet Wir machen jetzt nur eben Oder nicht Ja, nicht gut Ich glaube oben lang Ach, scheiße Und jetzt passiert's Ja, doch Nein, der geht nicht vorbei Hey Was denkst du denn? Was denkst du denn? Das kann man nicht sagen, jetzt passiert's Und dann jetzt geschieht's Würde ich sagen Ne Kaiser Tiefs Passiert's, was unerwartet ist Oh, jetzt feuern die bestimmt Jetzt Seckkotten knallen Sagen die sich bestimmt Bäm, bäm, bäm Den haben wir aber gezeigt Aber das ist echt jemand Geht, wie man vor dem Tonier spielt So, und jetzt sollen wir ihre Eltern hören und schlafen gehen Schreib ihnen das Ja, das ist aber Der Schlaf ist wichtig in dem Alter Ah, jetzt Der schreibt Stopp Eins noch Es ist halt aber wirklich das Letzte Er sagte Er schreibt Jetzt waren wir ganz nah dran am Sieg Das nächste Mal gewinnen wir Oh, okay Nur, dass keiner von uns wirklich gespielt hat Ja